Ein Lächeln made in Germany. Das Dentaler Bog Georgiev bietet hochwertigen Zahnersatz nach deutschem Standard zu hervorragenden Konditionen. Bei der persönlichen Beratung erstellen wir Ihnen einen individuellen Kostenplan. Lange Lieferzeiten gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten schnell, präzise und passgenau. Unser junges und hochqualifiziertes Team arbeitet auf höchstem Niveau und auf dem neuesten Stand der Technik. Wir bieten eine breite Produktpalette, kombinierter Zahnersatz wie Kronen und Brücken, vollkeramische Restaurationen oder auch Implantate aller Hersteller. Durch unsere moderne Technik und zertifizierten Produkte sind wir ausgerüstet, um Zahnersatz aus Zirkon herzustellen. Bei uns kommen ausschließlich hochwertige Materialien zum Einsatz. Wir liefern passgenauen Zahnersatz zu bezahlbaren Preisen, bundesweit. Den Tarnabor Georgiev.